Anfang Oktober 2023 ging es mit Johnny über ein verlängertes Wochenende ins Riesengebirge und nach Böhmen. Bei Guben kreuzten wir die Grenze nach Polen, um auf der polnischen Seite nach Süden zu fahren. Vorbei an Jelinagora überquerten wir am Nachmittag den Pass beim Alaupa, der uns auf einer Höhe von 1050 Metern über das Riesengebirge nach Tschechien brachte. Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz darauf kamen wir ja auch schon in Petsa an, wo wir etwas oberhalb des Ortes unser Hotel mit einem tollen Blick auf das Riesengebirge und die Schneekoppe hatten. Ein Besuch auf der Schneekoppe durfte natürlich nicht fehlen. Mit der Seilbahn ging es auf die mit 1603 Meter höchste Erhebung des Riesengebirges. Als Grenzgebirge zwischen Tschechien und Polen findet man hier oben natürlich Grenzsteine und man kann sowohl nach Polen als eben auch nach Tschechien schauen. Ebenso nicht fehlen durfte eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn. Das war sehr rasant und wir hatten viel Spaß. 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 Wir hatten viel Spaß. Weiter ging es Richtung Spindlermühle und an der Krausebauden-Elbe-Talsparre ließ ich mir die Gelegenheit für ein Sipplerabenteuer nicht entgehen. Spindlermühle Neben einer weiteren Übernachtung in Kutnaora ging es auf dem Heimweg noch zu den Brachorfelsen im böhmischen Paradies. Spindlermühle Diese kleine Sandsteinfelsenstadt hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Schon im 10. Jahrhundert siedelten hier Slaven und die Felsen wurden als Befestigungsanlage genutzt. Sie war ebenso umgeben von Burgen, von der heute nur noch die Burg Troski übrig ist, welche man von den Brachauer Felsen sehen kann. Schmale Gänge mit Naturscheintreppen machen dies zu einem beliebten Wanderziel. Mehr Fotos, die Tourbeschreibung und GPX-Daten gibt es auf der Webseite. Link ist in der Beschreibung. Schmale Gänge mit Naturscheintreppen Schmale Gänge mit Naturscheintreppen Schmale Gänge mit Naturscheintreppen Schmale Gänge mit Naturscheintreppen